Wenn ich groß werde, möchte ich Doktor arbeiten, ein Patient werden und in der Schule gut lernen, so Mathe, Deutsch, Englisch und viel Spaß haben. Entschuldigung, wir suchen ein Kind, es ist zehn Jahre alt, aus Syrien, Halep. Eine klitzekleine Frage, was macht Soldaten im Schuh? Lauf, Huissam. Imche, Huissam. Lauf! Such das nächste Lager. Und bleib bei Tante Fatima. Nach Deutschland, Huissam. Ihr Politiker, ihr könnt die Welt trennen wie ihr wollt. Wir brauchen nur Sicherheit vom Krieg zu Hause. Ich hab's geschafft! Trätze... 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 Trätze...